Ralf Vössigel Da ist der Treffer von Jakob Weber Jetzt die Chance zum Gegenzug für den Captain Peter Flash gegen drei Ganz alleine Macht er gut Sieht die Lücke Tor! Für Jakob Weber Der knallt ihn wieder rein Jetzt wird die Position getauscht Heger kommt rein, findet Jakob Der schießt Tor! Ungewohnt von ihm Schöner Pass auf Weber Der macht das 1 zu 3 Aus Sicht der Deckendorfer Tor gefährlicher Offensivverteidiger Weber tritt an Was macht der Tanzer hinaus? Zieht er ab? Hier ist das Tor! Wahrscheinlich die nächsten Tage Die nächsten Trainingseinheiten Vor dem Start in die Meisterrunde Und da ist nochmal das Tor von Jakob Weber Ein bisschen Ergebniskosmetik also Mit seinem Kongen Ja, ein Partner mit Richard Diedisch Wieder Gajowski zurück zu Blau Und der Schuss kommt Ja und Also Max Kaltenhauser hat auf diese ersten 40 Minuten reagiert Tor!